Der AngelCare Windeleimer ist ganz einfach zu bedienen. Vor der ersten Nutzung des Windeleimers muss die mitgelieferte Folienkassette wie folgt eingesetzt werden. Öffnen Sie zunächst die Kassette und ziehen das Folienende heraus. Anschließend verknoten Sie das Ende des Folienschlauchs, öffnen den Deckel und setzen die Nachfüllkassette ein. Das Ende des Folienschlauchs ziehen Sie dann bis zum Boden des Eimers und schließen den Eimer. Fertig! Sie können jetzt mit der bequemen, hygienischen und geruchlosen Windelentsorgung beginnen. Öffnen Sie dazu den Deckel des Windeleimers und werfen Sie die verschmutzte Windel durch die Klappe in den Windeleimer. Nicht nur die Bedienung des Windeleimers ist kinderleicht, sondern auch die Entleerung. Sie öffnen zunächst den Windeleimer und schneiden den Folienschlauch mit dem integrierten kindersicheren Messer ab. Verknoten das Folienende. Nehmen den vollen Beutel aus dem Windeleimer und entsorgen diesen in der Restmülltonne. Das verbliebene Folienende im Windeleimer verknoten, den Folienschlauch bis zum Boden des Eimers ziehen, Windeleimer schließen. Der AngelCare Windeleimer hält das, was er verspricht. Und macht Schluss mit unangenehmen Gerüchen und Schluss mit dem häufigen Gang zur Mülltonne. Der AngelCare Windeleimer Der AngelCare Windeleimer Der AngelCare Windeleimer Der AngelCare Windeleimer